Herzlich willkommen. Lara und ich stellen euch heute einen Double Needle Facelift oder Fadenlift vor. Und zwar geht es um die ganze Wangenpartie. Bis zum nächsten Mal. Wir haben, denke ich, ein schönes Ergebnis erreicht. Ich habe den zweiten Faden, das zeige ich nochmal kurz, nach hier gelegt. Da war der, muss ich sagen, der 21,90 Multidirektional etwas lang, hat aber trotzdem gut eingehakt. Und der andere läuft ja hier lang, dann die Double Needle.